Also ich möchte mit diesem Lied meinen besten Freunden und meiner Familie zeigen, wie viel sie mir bedeuten. Und das küm ich auch gleich auf YouTube. Und was soll ich noch dazu sagen? Ja, mein Kollege filmt das jetzt gerade. Also auch ein besser Freund von mir. Und ich möchte einfach nur mal gucken, was ich für Kommentare dazu kriege und ob ich gut sehen kann. Und ja, am besten ist es auch, wenn ich jetzt anfange. Oh ja, oh ja, ich bin der glücklichste Mensch auf dieser Welt. Ich hab eine tolle Familie und beste Freunde auch dazu. Ja, ich meine euch, genau euch. Laura, Jacqueline und Jenny, ich liebe euch. Ich will euch nicht verlieren. Und meine Familie, ich liebe euch auch. Ihr seid für mich alle ganz tief hier drinnen. Ich weiß, dass ich viel falsch gemacht habe, aber ihr wart alle für mich da. Und ich sag' euch alle von hier drinnen. Dankeschön. Dankeschön. Weil ich weiß nicht, was ich ohne euch machen soll. Weil ihr alle für mich da seid. Und da gewesen seid. Und danke an alle, die dieses Video liken. Ich find, wo ich dieses Lied sang, wurde mein Herz ganz warm. Hey! Okay. Vielen Dank.